happy birthday herzlichen glückwunsch an alle leute die heute gepostet haben und herzlich willkommen beim retten ich spiele heute mal wieder mech arena und zwar mit phase wie ist das noch mal ich hab's vergessen ach mensch wettbewerb genau viel spaß und die erste runde geht los bereit machen finger auf die tastatur hand auf der maus ok es ok Das ist gut. Okay, der hat mich erwischt. Kein Problem. Wir haben ihn auch erwischt. Schmeiß mal da mal meinen Turm runter. Okay, nice. Die erste Runde. Machen wir weiter mit den hier. Mit unseren Schafschützen. Nachlan. 4, 3, 2, 1, und schau. Okay, da ist noch einer. Okay, nachladen. Oh, da kommt einer angerannt. Nachladen. Das Nachland dauert bei so einem Schafschütze ziemlich lange. Bei den Long Armen. Okay. 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 Die erste Runde. Und jetzt kommt die zweite Runde. Und danach die dritte, denn alle guten Dinge sind drei. Oh, viele Quests abgeschlossen. Gut, zum Hang-Up. Bis gleich. Okay, die nächste Runde geht los. Und ich muss sagen, ich bin guter Dinge. Und ich muss sagen, ich bin guter Dinge. 3, 2, 1, go. So. Let's get things started. Ich hoffe, ich starte hier mal erst mit denen hier. Der macht am meisten Schaden. Wasche. Okay. Wie. Wie. Die erste Runde. Die erste Runde. Das ist funktioniert. Inflaminieren. Okay. Wie. 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 Ah, der hat auch diese fette Schrotflute da, Mensch, das ist doch voll gemein. Ah, der hat auch die Schrotflute. Der Gegner ist stark. Ach, unentschieden, aber auch gut. Unentschieden, ne? Besser als verlieren. Hehehe, gleich durchgeschossen. Ah, kommt er gleich? Nee, kommt er nicht. Nachladen, nachladen. Ich hab schon die Glüfe drin, dass ich schneller nachlade. Ah! Clash out. Du bist auch gleich out. Zack, dann ist er. Okay, der ist weg. Okay, der ist weg. Okay, der ist weg. 3, 2, 1. Ah, müsste nach oben. Ah! Ich bin jetzt nicht mehr guter Dinge bei der Runde. Nein, überhaupt nicht. Ich bin so traurig. Oh, nee. Oh, nee. Ah, ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Ah, ich kriege so ein Blitz-Dingsbombs. Okay. Ah, trotzdem nicht gereicht. Schutzschild war zu schwach. Rache. Rache ist Blutwurst. Ah, das sieht gut aus. Ha, draw, unentschieden. Nice. Ein Unentschieden. Habe ich auch schon manchmal, nicht ganz so oft, entweder gewinnen oder verlieren. Aber Unentschieden gibt es auch. Das war knapp das Match. Auf welchem Platz bin ich? Oh, gut. Auf den ersten bin ich sogar. Alter, Verwalter. Nice. Gut, dann gehen wir mal in der nächsten Runde. Okay, ich habe jetzt so ein ganz schlechtes Gefühl. Erst Runde gewonnen, zweite Runde Unentschieden. Jetzt müssen wir ja verlieren. Also, müssen nicht, aber... Ich habe so ein Gefühl, dass wir verlieren. Get out my way. Okay. Geht der denn mit den Raketenwerfer hier rein? Naja. Nichts Nichts. Ops, da kann ich nicht so mehr. Ahhhh, follow me! Boom! Hahaha! Yeah! Erste Runde für uns! Ja, ok. Einmal eingetroffen. Ja! 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 Schaff sie nicht! Stimmt! Na! Ja! Ja! Ja, dieses auch. Nachladen. Oh, das gibt's doch nicht. Film? Ach, gibt's doch nicht. Nein! Verloren. Wir haben verloren. Wirklich. Gewonnen, unentschieden, verloren. Ah, nee. Das gibt's doch nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja. Also, ich werd immer schlechter, Alter. Nächstes Spiel wird das Spiel abstürzen wahrscheinlich. Na, egal. Schau mal, auf welchem Platz bin ich. Boah, auf den dritten nur. Dafür, dass wir verloren haben, haben wir überall Plus gemacht. Nice. Außer hier Minus 30. Naja, egal. Was soll's. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.